Und mach doch mal kurz mit, leg mal so kurz die Hände auf den Bauch, ganz kurz nur, 30 Sekunden, und mach mal die Augen zu. Spür mal kurz so in deinen Bauch hinein. Einfach nur mal deinen Bauch von innen wahrnehmen. Und schick mal jetzt von deinem Bauch einen Spürimpuls in Mutter Erde hinein, so bis zum Mittelpunkt der Erde. Einfach nur mal so, uhu, ne, oder hallo, einfach mal so einen Spürimpuls zum Mittelpunkt der Erde schicken, so in 3, 2, 1, jetzt. Nimm mal wahr, was für eine Energie da zurückkommt. Da kommt eine sichere Energie zurück. Du wirst getragen. Du wirst genährt. Und alles, was du brauchst, wird dir gegeben werden. Und vielleicht merkst du auch, was für eine starke, positive Energie damit hochkommt. Das heißt, und wenn du magst, kannst du die Augen wieder öffnen. Alles um uns herum liebt uns. Und wir dürfen damit anfangen, das anzuerkennen und auch anzunehmen. Alles um uns herum liebt uns. Und alles, was wir im Moment in der Welt sehen, zeigt sich, damit wir wieder den Frieden in uns selber finden. Damit wir die natürliche Lebensfreude wieder aktivieren können. Damit wir unsere eigenen Blockaden lösen können. Und natürlich ist das nicht immer einfach. Ich weiß. Es ist kein Spaziergang im Park. Doch wir haben uns entschieden, jetzt hier auf der Erde zu sein. Wir haben uns entschieden, hier mit dabei zu sein bei dieser Transformation. Und ich denke mir mal, wenn wir jetzt schon hier sind, dann können wir doch auch unser Bestes geben. Dann können wir wirklich alles reingeben. Damit diese Transformation liebevoll wird. Damit sie leicht wird. Damit wir als gesamte Menschheit wirklich uns liebevoll auf das nächste Level aufschwingen. Und alles, was wir tun, macht einen Unterschied. Denn wir sind ein Feld von Energie, das sich in einem Feld von Energie bewegt. Und alles, was wir tun, macht einen Feld von Energie, das sich in einem Feld von Energie bewegt.